Insta360 X4 Ich weiß, ich bin viel zu spät mit meinem Review Aber ich wollte mir ein bisschen Zeit lassen Ich bin jetzt soweit, ich habe die Kamera auf Herz und Nieren getestet Und das ist meine Meinung Und das ist das, was vielleicht nicht jeder sagen würde Legen wir los! Ich bin Daniel, ich bin Sportfotograf Und Wingfoiler und Action Kameras begleiten mich schon eine ganze Weile Es war tatsächlich nur eine Frage der Zeit Bis ich auch mal meine Hände an eine Insta360 bekomme Und ich muss für den Anfang sagen Es ist auf jeden Fall erstmal eine ganz andere Bedienbarkeit als GoPros Das ist das schöne Stück Das ist die Insta360 X4 Was mir auf jeden Fall schon mal den Arsch gerettet hat Sind hier vorne diese Kappen Tatsächlich ist da schon eine Variante von hinüber Und das ist ein Zweit- oder Dritthersteller praktisch Die diese Linsen machen Ich hätte mir auch bei den Originalen tatsächlich gewünscht Dass die ein bisschen besser rausgerechnet werden Das ist so Man sieht Noch ein bisschen Lichtreflexion und auch Fleckchen, wenn welche drauf sind Ich wünschte, das würde ein bisschen besser funktionieren Das ist, wenn ihr die Linsen freisetzt Ist das einfach ein klareres, schöneres Bild Zur Handhabung an sich ist es eigentlich ziemlich easy Ihr habt an der Seite hier An-Knopf Und hier könnt ihr euch verschiedene Kamera-Modis draufstellen Dieser Knopf hier, der startet einfach die Aufnahme Und das hier an der Seite könnt ihr die verschiedene Aufnahme-Variante wählen Zwischen Foto, Video, Timelapse und 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 Ganz ganz viel Es gibt im Menü Zwei Timelapse-Modis Das eine soll ein bisschen besser funktionieren Für stehende Timelapse Und das andere für bewegte Timelapse Ich habe alles ausprobiert Ein Feature, wo ich nicht so drauf Daraus schlau werde Ist das Bullet Bullet ist irgendwie ein super duper Slowmotion Aber die nimmt nicht in 360 Grad auf Oder ich mache immer irgendwas falsch Und ich kann irgendwie nicht entscheiden Welche Seite der Linse Dann tatsächlich aufnimmt Heißt es, es ist super schwierig auf dem Wasser damit zu filmen Wenn ich pumpe und dieses Bullet dann habe Dann drehe ich die eine Seite der Kamera Dahin, wo ich praktisch hinfilmen will Weil ja nur eine Seite filmt Und irgendwie ist es immer die andere Also ich weiß nicht woran das liegt Ich habe das ein bisschen hin und her probiert Das ist ein bisschen die Schwierigkeit, die ich damit habe Ansonsten filme ich zu 85% in 5,7 Plus Das funktioniert für die schnelle Bearbeitung auf dem Handy Und dann mit den Dateien einfach am besten 8K super groß Dauert ewig Aber wenn man irgendwo weiter rein zoomen will Ist das natürlich auch ein grandioser Vorteil Ich habe es jetzt aber tatsächlich eher weniger benutzt Und beim 4K 100 Frames ist zu beachten, dass wenn ihr damit filmt, dass ihr das auf jeden Fall Auf der App direkt in Slowmotion habt Aber sieht geil aus So und die nächste Schwierigkeit, die ich bei der Insta gesehen habe Wenn man von einer anderen Action Cam kommt Ihr habt eine ganz andere Kameraaufnahme Also eine normale Stativschraube Das ist geil, weil das ist super stabil Aber ihr müsst das halt irgendwie adaptieren Wenn ihr so Action Kamerazubehör benutzen wollt Also wenn ihr die zum Beispiel an der Brust tragen wollt Und die soll hier hängen Dann braucht ihr irgendwas, wo ihr dann praktisch das an Action Cam kriegt Ich hatte am Anfang zwei Plastikteile Das eine, das sah so aus Das eine sah so aus Man schraubt das oben in die Insta Und unten kann man dann adaptieren Das Plastikteil, was ich dafür hatte Das hat mich lange gehalten Das ist abgebrochen Und dann konnte ich eine ganze Zeit lang Nicht die Kamera so nutzen, wie ich sie nutzen würde Weil ich kein adaptiertes Gerät hatte Jetzt habe ich mir die Dinger hier geholt Die hier sind aus Metall Heißt also, die stabilisieren sich selbst Und aber auch die Plastikanschlussteile Safer, okay Wenn ihr da irgendwie Zubehör kauft Für die Insta Die ist relativ schwer als Action Cam Und die muss ein bisschen was aushalten Deswegen kauft er nicht irgendwie einen Plastikrotz Sondern nimmt da irgendwie Aluminium oder irgendwas stabileres Ich habe auch ein anderes Plastikteil gehabt Das ist das hier Das wird mit einer Schraube Hier so festgemacht Und dann könnt ihr das praktisch so Auf eure Sachen setzen Funktioniert auch Das Problem ist Schwere Kamera Plastikteil Und ich hatte sie am Selfie-Stick Und habe die Linsen sauber gemacht Und wollte den so weg So ein bisschen ausschlagen Und Raums Kaputt Dementsprechend Auch hier Plastikteil Ist eine gute Idee Aber macht es stabiler für die Insta Weil die ist schwer Ich fahre also mit den Dingern Grandios Die kann ich hier unten reinschrauben Und benutze alle meine anderen Mounds Die ich eh schon überall kleben habe Jetzt gibt es bei Insta Diesen Invisible Selfie-Stick Der glaube ich fast 140 Euro kostet Und ich habe mich gefragt Okay An sich die Kamera Ist schon größer Heißt also bei der GoPro ist immer so Man braucht so ein bisschen Range Dass die vernünftig Stitcht Und alles was unter ihr ist Praktisch rausschneidet Das habt ihr hier eigentlich schon Müsste also sein Dass der Selfie-Stick Gar nicht so lang sein muss Deswegen habe ich drei unterschiedliche Dinge benutzt Weil Ich benutze sie ja hauptsächlich im Wasser Also war mein erster Versuch Dies Ding hier Funktioniert Man sieht ein bisschen Dass dort gelb ist Aber das hatte ich halt an meiner GoPro Max noch viel schlimmer Weil die einfach nicht diese extra Range hat Wie die hier Funktioniert Ist dann super safe im Wasser Wenn das Ding untergeht Schwimmt das auf jeden Fall Und das werde ich wahrscheinlich Wenn ich auf offener See bin Also irgendwie mehr oder sowas Werde ich auf jeden Fall den hier benutzen Weil er einfach die Kamera absichert So einfach ist das gesagt Den zweiten Selfie-Stick Den ich benutzt habe Den habe ich Meistens zum Joggen benutzt Den hier habe ich meistens zum Joggen benutzt Der ist zum Ausfahren Er ist nass Also den hatte ich auch mit dem Wasser Der ist auch super Und man sieht ihn auch nicht Also wenn man das ausfährt Dann ist das auch invisible Und das ist ein ganz normaler Selfie-Stick auch Ich würde bei dem hier Auch wenn ich den jetzt mit dem Wasser habe Nicht empfehlen damit ins Wasser zu gehen Weil wenn diese Stangen hier oben rausflitschen Oder abbrechen Dann ist eure Kamera auch weg Ich musste auch schon nachwühlen Der Selfie-Stick den ich am meisten benutzt habe Das ist der hier Der ist auch noch praktisch in Nutzung Das ist ein Carbon-Rohr Das habe ich mir mal selber gebaut Das ist praktisch wohl von innen Und abgedichtet Und hier oben drauf ist im Grunde die Halterung Die damals regulär für GoPro war Jetzt habe ich auch dieses Metall-Ding Habe das hier oben drauf Und wenn ich die Kamera zum Filmen brauche Drehe ich die einfach hier rein So Mach das hier drunter fest Und dann kann ich schon loslegen Super coole Variante Der ist auch nochmal ein bisschen länger Als der ausgefahrene Selfie-Stick Ich hatte gehofft der schwimmt Normalerweise schwimmt der auch Dieser tut es nicht Weil die Kamera zu schwer ist Also da ist zu wenig Volumen drin Dass die Kamera nicht untergeht Aber es ist trotzdem der Stick Den ich im Wasser benutze Ich stecke mir den Wenn ich starte Oder wenn ich am Wing bin Stecke ich mir den hier hinten rein Kann dann die Kamera auch schon anmachen Weil es ist auch ein cooler View Einfach wenn die hinten im Neo Oder in der Weste steckt Und wenn ich dann fahre Oder auf die Welle gehe Oder pumpe Dann ziehe ich die hier raus Und kann ich dann die Richtung halten Wo ich sie irgendwie hinhaben möchte Wassersport und Insta360 Vertragen sich meiner Meinung nach Nicht ganz so Ich hatte zum einen das Problem Mit den Lenscaps Die kann ich im Wasser Einfach nicht tragen Weil die sofort anfangen zu schwitzen Und sofort beschlagen Heißt also wenn ich die Kamera Wenn ich mit der Kamera im Wasser Oder auch im Regen filme Muss ich die Dinge abnehmen Weil früher oder später Siehst du dadurch gar nichts mehr Ist nicht so das Problem Ist nur schade Weil die Dinger halt zum Schutz der Linsen da sind Und ich tollpatsch das Ding auch mal Im Wasser gegen den Steinhämmer Und dann hätte ich gerne diese Linse da drauf Ansonsten finde ich die Dinger aber trotzdem Super super sinnvoll Gerade wenn man nicht im Wassersport unterwegs ist Und viel mit Dreck zu tun hat Oder die Kamera vielleicht sehr nah am Boden Platzieren möchte Ist es einfach ein Game Changer zum Leben retten Weil sonst haut man die Dinger kaputt Und dann ist die schöne 600 Euro Kamera hinüber Und des Weiteren im Wasser ist mir aufgefallen Weswegen ich auch da so ein bisschen von abrate Die für Wassersport zu nehmen Die Benutzung des Bildschirms Also das ist ein Touchscreen Der funktioniert eigentlich grandios Man kann da super hin und her swipen Das stockt nicht oder sowas Aber sobald wieder Wasser drauf ist Ist das wieder vorbei Es kommt auch schon mal vor Dass von hier oben Ein Tropfen runter rutscht Und dann halt einfach Das Menü angeht Und man kann eine Tastensperre reinmachen Das funktioniert bei GoPro eigentlich auch immer richtig richtig gut Hier ist es leider so Dass man einfach nur wieder hochswitchen muss Wenn die Tastensperre drin ist Heißt das ich mache die Tastensperre rein Und ich ziehe das Ding durchs Wasser Und hier geht so ein Wasserfilm rüber Und dann ist die Kamera wieder entsperrt Und kann sich wieder verstellen Das ist ein bisschen nervig Muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten Und einfach zwischendurch mal drauf gucken Und im Wasser einfach schauen Dass man da nicht so viel dran rumdrödelt Weil man das sonst nicht richtig eingestellt kriegt Also kurzum gesagt Das ist eine grandiose Kamera Mit der ihr ziemlich geile Actionaufnahmen machen könnt In Blickwinkeln Die vielleicht noch unerforscht sind Und Wassersport geeignet ist sie ein bisschen weniger Aufgrund des Schlagens hinter dem Linsenschutz Und der schlechten Bedienung des Bildschirms So ich hoffe es hat euch gefallen Mich da so ein bisschen schwitzen und Sport machen zu sehen Und generell die Informationen haben euch noch ein bisschen weitergeholfen Wir machen jetzt Feierabend Vielen Dank dass ihr bis hierhin durchgehalten habt Unten in der Videobeschreibung findet ihr einige Links Zum Beispiel zu meinem kostenlosen E-Book Für Fotografie, Anfänger und Fortgeschrittene Schaut da mal rein Lasst gerne mal ein Feedback dazu da Und dann würde ich sagen Sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video wieder Bis dahin Gutes Licht Guten Wind Und Tschüss E-Book Da hat ihr das E-Book runter